Mein Name ist Linnea Kohlenberg, ich bin 23 Jahre alt und zusammen mit meinen Eltern bewirtschaften wir hier in Dremke einen Milchviehbetrieb mit Ackerbau. Wir melken zur Zeit so um die 55, 60 Kühe und wir stellen gerade zur Zeit auf automatisches Melken um. Das heißt, wir bekommen einen Melkroboter in den nächsten Wochen. Wie man sieht, im Hintergrund befinden sich auch gerade die Umbauarbeiten. In Deutschland gibt es ungefähr 65.000 Hübel für die Milch produzieren. Die im Durchschnitt dann so ca. 65 Milchkühe haben. In der Summe sind das dann 4,2 Millionen Milchkühe, die jährlich 33 Millionen Tonnen Milch produzieren. Die Nachhaltigkeit spielt in der Milchproduktion auch eine große Rolle. In der Mörkerei geht es darum, dass der Einzelhandel verstärkt danach fragt, auf Kundenwunsch, wie nachhaltig dieses Produkt hergestellt ist, um es besser zu vermarkten. Da die junge Generation wesentlich mehr Wert auf die nachhaltige Produktion legt, als z.B. die Generation davor. Früher war es vielleicht Geschmack oder Geruch. Heute ist es der Aspekt, wie ist dieses Produkt hergestellt. Für uns Landwirte ist es natürlich so, dass wir so wirtschaften wollen, nachhaltig wirtschaften wollen, dass wir den Betrieb in die nächste Generation übergeben können und dass dieser weitergeführt wird. Wir stehen jetzt hier gerade draußen bei unseren Rindern. Die sind jetzt alle besamt und warten darauf, dass sie irgendwann dann kalben können. Und wie man sieht, befinden die sich hier auch im großen Auslauf. Mit viel Gras und unter Tannen ist auch noch der Schutz vor Regen sozusagen. Und ich glaube, wie man sieht, fühlen die sich hier sehr wohl. Das ist unsere Tiffany. Tiffany wird am 21. Juni 14 Jahre alt und somit ist sie unsere älteste Kuh hier im Stahl. Ich als Milcherzeuger würde mir wünschen, dass die Verbraucher und die Erzeuger in einen Dialog gehen und miteinander sprechen, aufeinander zugehen und Vorurteile aus dem Weg geräumt werden. Dass man sich sein eigenes Bild macht, dass man auf Höfe geht, dass man sich die Produktion anguckt und dass man einfach in ein Gespräch kommt, dass Missverstände oder falsche Wahrheiten oder Bilder, die der Verbraucher vielleicht durch Medien oder durch andere Sachen bekommt, dass diese aus dem Weg geräumt werden und dass man sich sein eigenes Bild macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017